. Quer oder ausschlägen hat das schon viel, der hat zu dir gesagt. Ich weiß nicht, wie der mir rasch fliegt. Er hat zu dir gesagt, die braucht er. Ich habe keine Ahnung, wie der mir rasch fliegt. Ich habe keine Ahnung, wie der mir rasch fliegt. So, ein bisschen mitziehen. wie der mir rasch fliegt. Ich mache gerade eine Sumpa. Ich mache gerade eine Sumpa. Ich mache gerade eine Sumpa. Ich habe gerade eine Sumpa. Ich habe gerade eine Sumpa. Ich habe gerade die Sumpa. Es wird nicht mehr gewollt. Ich habe schon lange mitgebracht. Ich habe gerade eine Sumpa. Ich habe gerade eine Sumpa. Das muss ich üben. Das hat kein Ding, kein... Nein, nein, kein... Nein, nein, nein. Nein! Na wo? Hör zu, war das gewollt? Links, gell? Und bei ihm, er fliegt mit irgendwas... Vielleicht rennen wieder so wenig Leute... Der Gerhard hat jetzt ein Mirage geflogen. Ruf ihn! Da ist er mal! Der Gerhard ist ja ein Mirage geflogen! Ja, weißt du, er rennt den Scheiß! Ach, da ist Gebrüllrat! Weiß nicht! Gebrüll! Ja, genau so, Kerst, wenn ich es... Genau so! Gebrüll! 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 Ich bin jede jetzt zu den Beleisen... Leises! ein ich habe ihn mit kauf Ja, das war's. Ja, war's. Ja, war's. Ja, war's. Ja, ich hab ja auch gehört. Zweites Mal verkonten, das ist heute nicht. Ja, das war's. Dann, was ist das? So, genau, so hast du ihn weg. Ja, hast du ihn weg. Oder? Ja. Da hab ich mehr Zeit, weil ich hab' keine Zeit wegs. Ich hab' jetzt mit der Achterwerde. Ja, komm. Ja. So, mit könnt ihr mal herzumiert fahren. Ja, ich hab's. Ja, sag's es. Ja, eben's. Ein Minutes. Ich get's genau, das ist. Das ist der Mehrstand. Oh ja, ich hab's nicht einladen. Ja. Ich hab's in einem Tod und leichter Dachschen. Ja, ist das. Ja, ist das. Ja, ist das. Ja. Ja, ist das. 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 Ja, war's. Ja, war's. Wahnsinn. Jawoll. Ja. Jawoll. Ja, oder wo hat der Rengel angeschaltet? Er hat gesagt, ich könnte ein bisschen Lüftung reinmachen. Du weißt genau, wie der Tafner für Mario Waldbremmer. Und das hat einen Rengel angeschaltet. Da hat es gesagt, ich möchte einen Rengel angeschaltet. Wir wollen Rengel angeschaltet. Was war? Ja, das war gut. Ja, das war gut. Ja, das war gut. Das war gut aus der Form. Minimal hast du. Ganz leicht zu kniften. Das geht ja nachher. Wie er startet und was er tun soll und warum er abstürzt. Dann kannst du aber ruhig hinten rein greifen. Ich greife einen hinten. Ist der die Baugleiche identisch wie deiner Baugleiche? Normalerweise. Wennst du das Zeugst du dann auf, dann drückst du ein bisschen. Eigentlich nicht. Eigentlich. Du darfst dann noch wegreisen. So ist es. Keiner geht ein bisschen runter, oder? Genau. Ich halte schon ein bisschen an. Geht? Schick, schick. Jawoll. Schön mitgekommen. Schön mitgekommen. Ja, schön mitgekommen. Ja, Hallihallo. Du bist doch gleich dran. Ja, perfekt. Ich werde ihn selbst einmal eindringen. Ich fahre mir da zum Brunnen nachfangen. Ja, ich habe noch ein bisschen vertreten. Ja, ich habe noch ein bisschen vertreten. Ja, da habe ich noch mal vertreten. Da hab ich noch vertreten müssen. Ja, ich habe ja auch. Ich frage mich, warum du denn nicht fliegt? Aber der Gesser ist auch so geschaut. Ich frag mich, warum du denn nicht fliegt? Jahrelang fliegt. Schießlein, was haben wir machen müssen. Du, Karl-Heinz, kannst du mal in die Rechtskurven fliegen? Ich bin gerade nicht geblieben. Ich lebe gerade wieder an. Kilometer weit weit. Wie ein Drachen kommt der Singener. Du hast Seilzeitzeilen, ne? Ja! Witzel!